Die Meisterschaft ist die ehrlichste aller Titel, weil man über eine ganze Saison letztlich Leistung bringen muss, weil man alle Arten von Ausreden irgendwie ausblenden muss von Verletzten über Schiedsrichterentscheidungen. Ich glaube, es ist der wichtigste Titel, den es zu gewinnen gilt und dessen für das Mikrofon. Vielen Dank. 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 Cool. Ich anticomponente K mercen Ich gebe glow. 2,5-2,2,3,4,4,4,5,5,2,4,5,5,1,3,5,0. Vielen Dank.